hallo ihr lieben in dieser folge werde ich mich mal um meine bohnen kümmern rankhilfen sind dran die eine bohne hat schon das ende der kleineren rankhilfe erreicht und den anderen vorbeugen möchte ich natürlich auch schon mal was bauen und da will ich auch nicht lange feckeln und direkt loslegen also auf geht's da 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 Musik 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 So, erste Lösung habe ich. Die erste Ranghilfe steht und jetzt sind die hier vorne dran. Musik 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 Fusion Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Lars. Das hat voll Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.